Es ist eine Ehre hier zu spielen. So die Worte der stolzen Veranstalter der langen Nacht der Musik in München. Eine Ehre, die sich Maxwell mit seiner Band gerne gab und am vergangenen Samstag das Café Richard am Münchner Marienplatz kurzerhand in eine Konzertlocation verwandelt hat. Ein geiles Gefühl. Also wir spielen schon seit über 10 Jahren hier im Richard, allerdings im Café Rialto. Heuer das erste Mal hier am Marienplatz. Bombe, richtig geil.